Das ist nicht mehr so, oder? Ne, Neapel ist eigentlich... Neapel? Ja... Ich freu mich so auf dein... Ich lass dich irgendwo... Ich lass dich wieder da raus, damit du schlafen gehst, okay? Ja... Okay... Hier... Schau dich... Schlaf gut! Schlaf gut! Schau dich die Monke ab, ja? Ja... Oh, Bruder, wie lang noch? 45 Minuten noch, Chat! Hallo! Hallo! Äh, wo bist du? Ich bin hier mit Xenia beim Wiffelpark. Hier sind wir! Nein, ich brauche sie! Hiiii! Hört mal zu, hört mal zu! Was hast du gemacht? Ich hab ja vorhin gesagt, was geht ab, Habibi? Und dann meinte sie, mit dem Habibi bist du unten durch bei mir. Okay... Was? Ja, Bruder! Ja, gechillt! Nice, nice, nice! Warte mal! Was geht jetzt noch so? Waren wir jetzt hier ein bisschen... Was meint ihr denn? Ich glaube, du kannst schon für mich was machen. Um 5 Uhr morgens hängst du hier, du Junkie? Junkie! Hier! Alles gut, Bruder! Nein, nein, nein! Ich weiß nicht, was du meinst! Warum in der Nähe? Wow! Bist du um 5 Uhr morgens, du Junkie? Ich bin gerade erst gekommen! Wie gerade erst gekommen? Ja, aufgestanden! Wer steht denn noch mal um 5 Uhr morgens auf? Nein! Ich bin schon ganz Zeit wach! Ich wollte gerade sagen! Du bist doch auch noch hier! Ja, aber bei mir ist das anderes! Warum? Weil... Bleib mal hier! Ah, ja, ja! Wie viele Frauen hattest du heute? Warum bist du so? Sorry! Ich bin neugierig! Wie neugierig? Ja! Musst du doch nicht wissen, wie viele Frauen hattest du heute? Wie viele Typen hattest du heute, was? Null! Wie null? Null! Ich dachte, du bist mit Light-Cain zusammen! Hä? Das ist eine andere Dame! Wie? Hä? Das ist Sophia, die du meinst! Ach so! Oh! Oh! Ich bin nicht Sophia! Ich bin Liz! Ah! Oh! Oh, oh! Hast du, du hast keinen Freund mehr? Äh... Nein! Wie lief es mit Sägen an? Also, da lief nie was, ne? Dicke Distanz! Kannst du, kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Was denn? Bitte! Einmal in deinem Leben! Ja, sag! Ich will Sägen anrufen! Ja! Und ich will, dass du so tust, als wenn wir was miteinander hatten! Einfach um ihn zu nerven! Ist er wach? Ich hoffe! Fuck! Er ist nicht... Was denn? Na, kack auf den! Egal! Beim nächsten Mal, okay? Okay, ja! Beim nächsten Mal! Kleinfingerschuhl? Hier! Kleinfingerschuhl! Okay, gut! Easy! Wie erwartet! Verstehe! 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 Ich kann wieder Peck aufmachen! Guck mal hier! Oder... Oder... Ist das Liz? Ja, ja! Drei Schuhl! Oh, Hallo! Es Liz! Hallo, der Herr! Wer ist das? Ja! Ja! Was redest du aber? Haben sie Hunger? Ein bisschen! Ja! Ja! Bruder, ich bin heute 18 Mal! Ja! Hier, guck mal mein Wester! Ich gebe dir ein bisschen... Sag mal deine Steuernummer! Wie liegt man 18 Mal? Ach, find doch! Bitte scheiße, Manns! Was? Ich brauche einmal deine Steuernummer, bitte! Achso... Drei... Zwei... Eins... Drei! So, hier... Adanatella, ja? Ah, korrekt! Willst du Cola oder Ayran? Ayran! Ayran! Bruder, du weißt... In diese Uhrzeit... Kommst du Taxi... Mach ein Dispatch... Du kriegst immer Essen, Bruder! Echt? Ich bin immer da... Ja, natürlich! Ey... Eine Ehre, Mann! Super! Wenn irgendwas ist... Du weißt Bescheid! Okay! F steht für Freunde, die was unternehmen... U steht für uns, dich für mich! F***ing Sleeper, Mann! Hä? Das ist ehrlich nicht, ne? Hallo! Das hab ich mal nie gehört! Ja? Also dieses... Bleib mal hier! Ähm... Bist du Bock auf ein Dreier? Bist du Bock auf ein Dreier? Ja! Bruder, hast du Bock auf ein Dreier? Was? Was für Dreier? Also du... Xenia, wo bist du? Du... Du... Ray und Xenia, dachte ich... Ray hat... Was? Willst du einmal meine Lobo-Dick-Klobile? Du, Ray und Xenia, willst du mal sein... Warte mal! Warte, komm mal zur Seite! Komm mal zur Seite hier! Ja? Äh... Hast du eigentlich schon Ray sein Deck gesehen? Oh! Nein! Bitte pack den Maushaum! Oh Mann! Er hat jetzt einen Roboter-Dick mit Funktionen wie... Vibration... Selbst... Fick-Gerät... Alles! Ich zeig alle jetzt! Okay! Fahr den Maushaum! Ich will das nicht sehen! Soll ich es jetzt schon größer machen? Yeah! Das! Okay! Es geht los! Ja! So! Wow! Wow! Ja! Wow! 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 Bam! Wow! Ja das ist die neue Idee. Bist du fertig? Aber deine Eier haben sie dran gelassen oder? Bist du fertig? Ja ich bin fertig. Nein du kriegst deine Waffe nicht um. Warum wie der Pinguin immer mit einmischen muss. Aber warum mit einmischen? Ich wollte einfach schauen was dir abgehen. Ich hab gesehen der hat seinen Schwanz gezeigt. Er hat einen neuen, weißt du? Weißt du das schon? Ja ich hab ihn nicht so gezeigt. Warum ganz so einmischen Schwanz? Was machst du? Kennst du die Leute hier nicht oder? Hallo. Wir sind jede Nacht da. Ja genau wir sind jede Nacht da. Ja ich merk schon. Ich bleib nie wieder mehr so lange wach. Das sagst du ja. Weiß ich nicht. Ist die Dame in der Handfassung oder? Versuchst du doch mal zu entfällen? Die mag diese Stellung. Ne die mag. Ich glaub sie ist perfekt für die Army. Wollen wir zur Army gehen Xenia? Ich bin ja schon bei der Army. Ich hab doch versucht dich zu rekrutieren. Ach ihr kennt sie schon. Also Xenia warte ich warte kurz. Oh Gott. Wie du mich immer tragen musst. Weißt du warum? Weil 10.000 Leute drum herum reden und ich verstehe sonst nichts. Aber dann sag mir doch, dass ich kurz mitkomme. Okay. Tut mir leid. Okay. Also. Hast du fast in die Füße geguckt? Und ich hab so schnell verschwommen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Aber ich bin ja nicht. Dass ich mich auf das�ten. Und ich bin ja nicht. Ich bin ja schon mal alleine. Ich bin ja auch noch nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja schon mal zusammenzulegen. Ich bin ja nie. Ich bin ja nicht hier. Ich bin das hier. Was? Naja, nächstes Mal bitte hierbleiben, was ist denn hier? Was meinst du denn? Alles gut bei dir? Warte mal Ray, ich zeig mal im Buch. Mach das mal nochmal. Jetzt macht er den. Lauf dich vom Tag, steig einen Tag, dich doch hierbleiben. Was du da gerade geredet hast, bist du auch roter Augen. Ray, warte mal Ray. Hey, du hast mich das gerade gefragt. Ray, komm mal bitte. Wir müssen mal den Film mehr mit dir zusammenschauen. Ray, mach mal 65. Mach mal 65. Mach mal 65. Ja, Blut. Romy, wie funktioniert der? Da hinten im Kino. Also, geh mal Emotes. Ja. Dann alles. Und dann gehst du auf Posen. Dann suchst sexy, warte, es gibt auch die, warte mal, ist die genau die gleiche? Auf Posen? Dann sagst sexy Posen 9 oder 5. Guck mal. Jetzt musst du angelaufen kommen. Okay, warte. Das wird mein neuer Finisher. Komm da. Wow. Aber du musst nicht mehr. Mach mal 65 auf, wenn 65. Shit. 65 ist noch besser. Yeah. 65 ist noch geil. Einmal nochmal für die Kamera bitte. Ja. Oh mein Gott, wie cute. Oh mein Gott, Ray. Genau so. Oh mein Gott. Was ist denn die? Schönen wir halt ein bisschen. Oh, mach mal. Alter, jeder, jeder macht jetzt mich nach am Anakoyim. Sogar er. Ah, das ist oben. Ich hab keine Ahnung, ich weiß es doch selber nicht. Der Herr, das geht so. Guck jetzt. Ey Sosa, ich will ProSlide 2000, das hab ich in die Welt gerufen. Ich hab das bei Angelina schon gesehen. Echt? Yeah. Boah, der ist crazy, Digga, der ist crazy. Er hat einer den Clip wie Ray das vorhin gemacht. Aber nicht so. Du? Ey. Nicht den, nee, nee, den anderen, nicht den. Period. Mit den Ass? Den mit dem Arsch. Willst du in meinen Arsch glänzen? Das musst du sagen, dann kriegst du nur noch. Safe. Okay, safe. Und dabei. Digga, der ist so crazy. Ey, hat einer einen Clip von vorhin? Digga, Ray so MVP, ne? Ich schwöre, er ist so lustig. Jetzt macht er den. Lauf die Kontakten, die ganze Zeit nicht da hier bleiben. Was du da gerade geredet hast. Nee, der erste Slide, als er ankam. Alter. Der kam perfekt, Xenia. Ich weiß. Wir waren Unterstützung. Xenia, viel Spaß. Ja? Was ist? Was ist der da? Geht die Eisotchen oder was? Bruder, was machst du hier? Du hast gesagt. Was machst du hier? Wir wollen Unterstützung. Wie geht's? Kommt Kanon jetzt? Das ist Beerbam. Hey, habt ihr Bock auf einen Boxkampf, Alter? 30.000 gewinnen? Ja, warte. Oh, sorry. Wallah? Ja, Wallah, wer ist dabei? Ja, Wallah, wer ist dabei? Haben wir ein Medic? Haben wir ein Medic hier? Trau dich. Ich boxe dich alle, du mit dem nicht. Ich bin Medic. Ja, trau dich. Du bist Medic? Okay. Dann lass uns Bierbaum gehen und dort richtige Wiss machen. Komm, ich mach auf. 30.000. 30.000. Hat jemand einen Bus? Ja, 30.000. Hat jemand einen Bus? Sag, was schreit ihr alle so rum? Ja, ich mach Bierbaum auf, komm. Was? Wir haben dem Einer. Ich hole mir diese 30.000. Ich hole mir diese 30.000. Ich guck nur zu. 30.000. Ich guck nur zu. 30.000. Ja. 30.000. Ja. Ich guck nur zu. 30.000. Ich guck nur zu. Welchen Gegner ich smoke ihn? Müsst du wirklich Mediziner? Du glaubst mir nicht? Ja, natürlich. Du glaubst mir nicht? Senja? Hä? Glaubst du mir nicht, Senja? Was denn? Dass ich jeden smoke? Oder wer hat gelacht? Hä? Ich hab gelacht. Was war denn? Oh, oh. Okay, gut. Oh, wow. Achso, was meinst du? Sorry. Ich fick jeden Gegner. Okay, ja, ich glaube. Du wirst es schaffen. Du fickst auch deine 100 Bietchen. Was? Ich tu das Ganze moderieren. Egal. Oder kannst du leiten. Ja. Ja. Wo holen? Au. Au. Hört ihr mich alle? Gegen wen soll ich boxen? Hört ihr mich alle? Ja. Okay, guck mal. Das Ganze machen wir ganz einfach. Ihr stellt euch alle hier hinten auf, die boxen wollen. Safe. Ich brauch nütz. Safe. Hey. Alle hier hinten in einer Reihe aufstellen, bitte. Hey. Na, denk jemand an Mad Kids oder so? Nee, ich will auch putzen. Wir brauchen, glaub alle Mad Kids. Ich komm hier nicht rüber. Ja, ehrlich. Wir haben doch hier einen Mediziner, hab ich gehört, oder? Sosa, kannst du kurz alle hoch holen? Ja. Bleib doch einmal hier, Pinguini. Bleib doch einmal hier, Pinguini. Einmal, Bruder. Bleib doch einmal hier, Pinguini. Bleib doch einmal hier, Bruder. Bruder, bitte. Geht rein. Geht rein. Geht rein. Gib mal eine Einverbandsgasse kurz. So, meine Lieben. Gib mal kurz eine Einverbandsgasse kurz. Sag mal deine ID. 1,5,7. Ey, Jungs, weiter nach hinten. Weiter nach hinten, Jungs. Lass mich hier aufstellen. Nein, Bruder. Weiter nach hinten. Okay, ich küsse ihn jetzt. Aber, sag dir ehrlich, ne? So. Ja. Sag nicht danach, ey. In die Ecke, Jungs. Ja. 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 Okay. Der Gewinner geht auf die, auf die Seite, und der Verlierer auf die Seite, ja? Alles klar. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Alles klar. Halt mal die Fresse. Hallo. Lack, der sitzt jetzt auf Flasche. Lack, es hat noch nicht mal losgegangen. Guck mal jetzt. Lack. Fernando, oh. Fernando, komm raus mit dem Marsch. Auf geht's, Sosa. Yalla, Fernando, yalla. Komm, Fernando. Aufs Sofa. Hau ihn kaputt. Hau ihn die Fresse ein. 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 Der ist tot. Ich hab gewonnen. Sehr schön. Ich hab gewonnen. Wunderbar. Genau. Ja, du wirst's ja hin. Hast du gesehen? Mit deiner Libanese fickst du nicht. Kaffee Hassack. Okay, die nächsten. Ja, Omi. Ich bin doch hier, Mann. Ja, geh mal weg, du hast verloren. Ich hatte Kopfschmerzen, Omi. Ich bin runtergeflogen. Ja, ja, komm. Wirklich? Wirklich, Omi. Borda, willst du revanch? Nein, nein, nein. Ja, komm her, komm her. Ich hau dich direkt wieder tot, ich sag dir das, ne? Ja, okay, komm her. Dann gib ihm mal bitte, dann tue ich mir die Behandlung. Ja, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Danke. Okay. Okay, wieder in die Ecke. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ja. Alles klar, fetzt euch. Los, hol ich kaputt! Loser! Loser verlieren! Ich kann nicht schlagen, ich kann nicht schlagen! Mut, Mut, Mut! Ja, ja, der hat den kaputt gehauen. Der hat den kaputt gehauen. Der hat den kaputt gehauen. Moin, weg, Junge! Du bist Libanäne! Oh, ist weg! Ja, 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 ja! Noch eine, noch eine! Hamas, vier, fünf! Eid! Jawohl! Jawolls! Fernando Löwe! Nein! Man, man kann hier gar nicht boxen! Fernando Löwe! Kann kein Gang! Was ist los? Wer legt sich an? Was ist los? 2-0, Habibi! Komm, geh mal nach Hause! Einmal bitte auf die Seite gehen, das wäre super von ihm! Oh, ich wicke! Ja, aber du hast gut mitgemacht! Lagwas, Rosi, ja? Äh... Peace! Lagwas, wir... Ja, warte! Geh jetzt schon mal in den Ring! Ey, Jux! Leider ist der Kandidat disqualifiziert! Der ist gar nicht mehr da, deswegen bin ich weiter, ja? Äh, oh Mann! Ich prob' Medizin! Ja! Hast du noch ein Dings? Medkit? Sag mal deine ID! Äh, Medizin, einmal bitte die zwei Herrschaften hier! Ne, zwei, vier, sieben! Ich bin... Mein Leben geht's gut! Gut singen! Ja, komm, lass mal! Ja, danke! Einmal bitte die zwei Herrschaften! Bei Medizin 1! Boah, Sabrina, ich boxe gegen dich, ja? Ja, Mann! Ich mach dich fertig! Wo hast du dich gebracht? Wo hast du dich gebracht? Hat jemand eine Waffe, der soll mal hochziehen, wenn der Spaß geht? Nein, 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 mach recht, okay? So, Sir! Kannst du Medizin auch? Boah, ich hab's schon lange nicht mehr gemacht! Okay! Nächstes! Du zerstörst mich! Bist du da? Ne, was ist das? Kannst du die zwei nochmal behandeln, bitte? Baby ID! Denkst du, das ist deswegen? 2, 2, 1! 2, 2, 1! 2, 2, 2, 1! Deswegen wirst du gewinnen, denkst du? Wollen wir eine private Wette unter uns noch machen? Okay, Jungs! Seid ihr bereit? Wollen wir noch eine private Wette machen? Wenn ich mein nächster Kampf gewinne, setz dich auf mein Gesicht! 1! 3! 3! Okay! Okay! Frag doch Xenia, ob sie das macht! Ja, ne! Ohne! 440! Das Problem... Man kann in diesem Ring gar nicht schlagen, wenn man sich dreht! Es stimmt so krass, ne! Es stimmt so krass, ne! Es stimmt so krass! Wallabilder sogar! Nein! Das macht gar keinen Sinn! Draußen macht viel mehr Sinn zu kämpfen! Sicher? Ja! Ohne Scheiß! Im Ring ist Kacke! Easy! Nein! Normale Fäuste! Natürlich! Au! Sehr gut! Mediziner! Kannst du den Herrn einmal hoch holen, bitte? Ich weiß gar nicht, wie wir eins! Schreib mir, wenn du morgen wieder da bist! Komm Reborns lang! Komm Reborns, wenn du ein Mann bist! Einmal rüber bitte, der Herr! Wie gehe ich in Godmode? Ey, wir machen Schäden wir Reborns lang! Nein, wir machen gerne Reborns! Gut! Einmal in Deck geblieben! Alles klar! Fetzt euch! Du? Ey, Bruder! Du musst rüber! Du hast verloren! Was? Ja, du musst rüber! Kannst nicht hier! Na, geh bitte hier dann! Wenn dann! Hey! Hey! Chiri! Ich hab gewonnen! Ich weiß! Ich weiß, dass du gewonnen hast! Alles gut! Geh da hin! Alles gut! Sehr gut! Du hast auch gewonnen darüber! Herr Mediziner! Einmal den Kollegen hier hoch holen, bitte! Äh, was sind seine Dings? Warte mal! 1-9-1! Weg mit dem Müll hier! So! Okay, meine Damen und Herren! Grüße gehen raus! Und John, Carsten! So etwas haben wir noch nie hier gesehen! Seid ihr bereit? Ja! Alles klar! Fetzt euch! Wenn du es schaffst, dann schlaupe er nicht! Ey, du Schwein! Ey, du Schwein! Ey, du nehm! Ne, ne, ne! Ey, du nehm! Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Leg dich hin, Alter! Oh! Hey! Hey, hey! Er wurde tot und froh gesmockt! Yeah! Easy! Einmal die 2-4-4, bitte! Ein Mediziner, die 2-4-4! Danke viel! Wow, wow, wow! Ich hab's noch gewinnen lassen! Ich hab's noch gewinnen lassen! Aber ach, ich hab's noch nicht! Ich muss mir erst noch mächtig geben! Ich war's gut gekämpft, Stefan! Du auch! Mediziner! Danke! Du musst springen einmal, Sabrina! Wie mach ich denn Godmode dann? Du musst springen! Sofort! 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 So, du bist raus! Du bist raus! Der Hell ist auch raus! Die anderen sind dabei! Perfect! Yeah! Okay, seid ihr bereit? Wir sind bisher 5, ne? Genau! Bereit geboren! Das sind wir! Alles klar! 3, 2, 1! Fetzt euch! Also 6 gegen 6 nicht! Kau ihn kaputt! Los! Wow! Sag, man nannte mich Frau die Eisenforce! Ey Jungs, lass das mal nicht im Ring machen, man! Das ist so kacke da! Okay, dann lass das irgendwo! Am Strand! Am Strand! Am Strand! Am Strand da oben! Hier! Packplatz! Einmal die Nummer! Hau mir die Nummer! 7, 5! 7, 5! 7, 5! Ich starb nicht! Stark die Kämpfer! Okay! Warte mal! Wer ist alles über? Wir haben noch einen Kämpfer! Ja, wir machen wir! Abatmenmenü! Ja, ich war doch im Abatmenmenü drin! Hier! Ich kämpfe noch! Warte! Bei Kämpfe noch zwei! Schau dieses Skelett! Gorda! Boah, Donatello! Fresten! Wie geht's hier? Na gut, wie geht's hier? Na gut, wie geht's hier? Donatello! Fick dein! Ang, ang, ang! Meine beiden Brüder bocken sich im Ring! Was ist das? Sena, Sena, schlag mich mal! Donatello ist der Sieger! Sag mir deine Nummer! Okay! Bei der? 43! Ja, Mediziner, einmal die 1, 9, 1 hoch und... Dings machen, bitte! Verhandeln! So, welcher Maniak will jetzt nichts übermachen? Komm! So, wer waren nochmal die Gewinner? Die Gewinner einmal bitte auf die linke Seite und die verlieren auf die rechte Seite! Ich mache einen Verbandsgast, einen Mediziner bitte! Ich brauche auch eine Behandlung von Mediziner! Hier sind die Gewinner! Ja, gleich! Gleich, wenn ihr kämpft, Mann! Aber das ist voll unfair, wenn ihr jetzt hier im freien Bock seid! Das ist viel einfacher! Sag, wie viele sind denn weitergekommen? Lass doch einfach mit einem Ring weitermachen! Nein, der Ring ist kacke! Nein, der Ring ist echt kacke! Dann lass doch mal neu machen! Dann lass doch mal neu machen! Nein, lass doch mal neu machen! Ey, das dauert dann viel zu lange! Mein Gegner hat 2-0 geklatscht, Bruder! Was sind denn wir neu? So! Hau mir, gleich bringe ich dich mal in Chile an! Du bist doch einfach qualifiziert! Du hast verloren! Du hast verloren! Du hast verloren! Also! Kämpfen tut jetzt! Ich! Der Hell hier! Gegen den, genau! Ja! Ich kämpfe einfach mal an! Ich kämpfe einfach mal an! Baby! Ich stimme nicht auseinander! Wie machen wir einen Ring? Ich stimme nicht auseinander! Scheiß auf diesen Ring! Kämpf doch unten einfach am Strand und wir schauen von dir oben zu! Ja, man, Strand ist voll geil, halt! Nein, nein, nein! Einfach von da unten! Was mach?! Keinander, guck was wir machen, Bruder! Ja, aber jemand muss dann Luft schießen! Guck was wir machen! Ja, jemand schießt einfach in die Luft! Ist doch kein Problem! Ja, wir schauen von dir oben zu! Und dann die beiden kämpfen unten! Nein, Bruder! Schmeiß die da runter! Schmeiß die da! Wir schauen von dir oben zu, weißt du? Nein! Ich habe jetzt eine Freundin, Lovely! Echt? Wen denn? Jaaaah! Die Frage ist, kann ich dir vertrauen? Du bist leise, ich höre dich nicht! Kann ich dir vertrauen? Ja! Also, auch wenn ich eine Freundin habe, würdest du dich ab und zu auf mein Gesicht setzen? Und sie nicht sagen? Ich mach das nicht mehr, das wäre der süße Angst! Was? Nein, mach ich nicht! Du hast keine, wenn du eine Freundin hast! Nein! Ich habe auch, ich habe noch keine Freunde! Ja, du hast aber gesagt, du hast eine Freundin! Wer ist denn jetzt deine Freundin? Ich mach Spaß! Ich mach Spaß! Also, ich habe eine Freundin, aber mit dem ich auf Gesicht setzen habe ich Spaß gemacht! Achso, okay, gut! Mach ich gut ihr es alternative! Das ist eine andere personne! Achso? Ja Geschmack! Yih! Achso! Und dann 3...2...1...F dressup! Aus! Ich hoffe, viel Glück mit deiner Freundin! Danke. Ein Wichser, ja. Hat er mich Mondgilead gebracht. Da ist Mondgilead. Kannst du ihn einmal betuchen? Da ist noch Mondgilead. Was ist denn sein Name? 2, 1, 3. Nee, das bin ich. 1, 5, 7, 6. 1, 5, 7, 6? Ja. So, ich bin jetzt erstes. Ich geh runter. Ja, komm. Warte mal kurz. Der ist schon raus, der ist schon raus. Ich bin noch drin, Homie, ich bin noch drin, Homie. Du hast doch schon kassiert, amigo. Komm, willst du wieder gegen mich? Warte, soll ich gegen den Wichser? Nein, Fernando ist schon raus. Komm, ich will in eine 3.0 Kansche geben, komm. Fernando, hey, hört mal auf, das geht sonst zu lange. Ja, Leute. Ja, gelb's. Ich mach gegen den, Motherfucker, ja? George tot. Mediziner, du bist leider raus. Ja, Homie, für die Medizinarbeit, weißt du, wie ich mein, Homie? Ah, ein Joker. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich nehme auch keine Kohle, Homie, Mann. Ich will ihn aus morgen. So, wer war der andere gewesen? Ähm, die Dame. Die Dame, komm mal einer bitte runter. Ich schlag eigentlich keine Frauen, aber komm her. Alles gut, alles gut. Ich war einfach. Ich brauch aber ne Behandlung. Nein, die Dame. Lass mal Liz gegen, äh, Sosa machen. Ich bin ein Bastard, wenn ich noch einen von den Revalve. In diesem Ring, wo niemand, irgendjemanden schlagen kann. Hier ist noch ne Waffe hinten drin, ne? Hat ihr einer gesehen? Okay. Oder wie viel Glück ich, wie viel Glück kann man haben? Mal mal. Ähm. Wie lange noch bis zum Album? 15 Minuten, ne? Alter, das dauert echt die Haare, Digga. Also, Chat, ich sag euch eine Sache. Wenn Cardi auf Utopia drauf ist, das ist der... Also, wir gehen von eins vom ersten Song direkt immer runter. Wenn Cardi auf dem Album ist, hören wir als erstes einen Cardi-Song. Nein, Homie. Ich hol niemanden. Oh, leck meine Eier. Okay. Fucking sleeper, man. Boah, das wäre so krass, wenn Cardi auf dem Album ist, ne? Ich würde on-stream wichsen, wenn Cardi auf dem Album ist. Noch 15 Minuten. Noch 15 Minuten, Chat. Boah. Ich bin so hyped, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, Chat. Ich hab richtig Bock auf dieses Album. Ich hab richtig Bock auf dieses Album. Hm. Oh, er hat sogar Profilbild geändert. Ich zeig euch mal meine favorite Travel-Songs, Chat. Wir fangen ja an. Boah, das ist natürlich ein Classic. Das ist natürlich ein Classic-Chat. Mods, könnt ihr Titel ändern? Playboy Cardi? Achso, achso, ne. Okay. Egal, was ist das für ein Titel? Utopia Reaction. Cheerpost are gone. Offen. Ich find Rodeo auch das beste Album. No way home, no way home. Hier ist der beste Part. Hier. Das ist mit Abstand der beste Part. Hm. My Granny calls. She's the future where you work through. How do I worry, you forget the bomb. Ich hab so Bock auf dieses Album. Go, we are my kiddie Granny. What happened now, my daddy? Mein Absolut auf Hebel Song. Did you have the time of your life, of the after party in my place? Hey, do you have suspensions on me? I've got a hundred straw in your face. All the more and bad is. All the more and bad is. Für mich immer noch ein underrateder Song. Wie er so einsteigt auf den Song. Wenn's so richtig losgeht. Ja. Danke, ich förhersp проблемы. Ich kenne dich durch. Will das genauso, der mich. Ich kenne dich. Na unfatus. Beide. Bye, ich kenne dich. Ya. Wie er so richtig. Ich kenne dich, die schwarze. Ich kenne dich. Ja. Ich kenne dich. Das stimmt. Abstand der mich Мackin, This is the moment I've been waiting for. Legenden Song? Mit dem Song hab ich angefangen Travis zu hören, Chad. Don't you open up the window. Don't you let up the Anadol. Anadol. Anadol's is all we know. Don't go to the front though. Party on a Sunday. Spend a check on a weekend. Fuck the Hose I met this week. I don't do no O Hose. Digga, dieses Album ist auch sehr, sehr krass. Auch einer meiner Lieblingssongs. Der wenig gestreamte Song ist mit mein Favourite Song, ne? Every time I get this song. I hope I wake up in a mother place. I run behind it. I wanna try it. Piss on the waist. Pass auf die Baste. Let it go leise. Tiff on the Heine. Tiff on the Heine. Tiff on the Heine. Tiff on the Heine. I'm a Karaka. Have to find it. I will run around this year. Der Song ist auch so crazy. Digga, ich will so einen Song auf dem neuen Album haben, ne? Zehn Minuten noch, Chad. I will run away! Tiff on the Heine. Smokes on. Drinks on. Pop one. Smokes on, drinks on. Und du hast 200 Millionen Films, das ist auch crazy. Smokes on, drink some, pop one. Suck some tea, suck the one. Fals on, drink some, pop one. Smokes on, drink some, pop one. Smokes on, drink some, pop one. Ich hab so Bock auf dieses Album, Chad. Kann sein, Chad? Kann sein, Chad? Ich hör mir das Album komplett durch an. Und hör mir das Album dann nochmal komplett durch an. Weil ich bin so ein Typ, ich will einfach die Musik verstehen. Neun Minuten noch, Chad. Boah, der hat auch so krank viele Banger, ne? Das ist wirklich nicht mehr normal. Wenn man so hier durchguckt. Ich fand den Song auch gut, ne? Viele haben den gehatet, aber ich fand den sehr stark. Ich fand Mafia auch größer Sk-Plan. Ja! Ja! Supreme, yeah Me Thomas All my fans, I love y'all Come here, yes What, it's here I'm güvening, we take you to the house anges out of the house We need a cradle of the way Gushing the 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 VERY LES You need a stumble at the house Step by step Watch this Stellt euch vor, ihr droppt einfach nicht, Chat Hey, the Joe You give me the juice Er enttäuscht mich nicht, Chat Er wird mich nicht enttäuschen Achso, Chat An alle, die irgendwie davon Clips machen wollen Ihr müsst Nehmt am besten Macht ab jetzt Bildschirmaufnahmen von diesem Stream Weil im VOD wird der Song nicht angezeigt Heißt, ihr müsst Screenaufnahmen machen Und man hört den Sound sonst nicht Also ihr müsst Screenrecording machen Damit ihr davon Clips machen könnt oder sonstiges 5 Minuten Yo Yo Ich hab so Bock auf dieses Album Hallo TikTok Soll ich das, wir können das auf YouTube hochladen Auf Zweitkanal oder so Aber wird halt eh gestrikt Aber macht Screenrecording Also wird nicht gestrikt, aber man kann keine Einnahmen Damit machen, aber Aufrufe Ich hab so Bock auf das Seems like the life I need a little distance Yeah Seems like the life I need Seems like the life I need a little distance Yeah Ich bin so hyped auf dieses Album. Ich bin so hyped auf dem Chat. 4 Minuten! Feels like their life needs a little distance. Wie gesagt, ich werde ein Screen Recording machen, um irgendwie, dass ich das hochladen kann. Weil im VOD hört man das nicht. 3 Minuten! Okay. 3 Minuten noch, meine lieben Freunde. 3 Minuten. Und dann ist es endlich soweit. Wir schauen uns das ganze zusammen an im Stream. Wir sind immer noch live. Ich bin gespannt. Er wird mich nicht enttäuschen. Und dann ist es endlich soweit. Ich bin schon. Nein. 2 Minuten! Na ja. Wir machen den Kanal hin! H duh! Denn hier die Masphysikon! Ah, ja Chipabesemi Ja Ja Oh, no, I can't fuck with your Restart Ich schließe Ich Ich öffne einfach Um Punkt Um Punkt 6 Uhr öffne ich einfach Spotify und guck Eine Minute Eine Minute Yo Bitte Ey, wenn Cardi-Song drauf ist Ich skip direkt zum Cardi-Song-Chat, damit ihr Bescheid wisst Ich versuche das Album Vom ersten Song bis zum letzten Durchzuhören Aber wenn ein Cardi-Song ist, dann höre ich als erstes einen Cardi-Song Okay Das war schon mehr als ein Jahr Okay Let's go, 17 oder 19 Songs Okay Nein, ich hab bitte nicht geöffnet Mach auf Spotify down No way Ah, Travis Wo ist das Album? Wo ist das Album? Nein Hummi, Hummi, Hummi Hummi, Hummi Hummi UTUBIAAA Okay Okay Yo Okay Was ist das für ein Beat? Ja! Ja! F***ing sleeper man! Yo! Was ist das für ein Song? 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 Okay Yo Vielleicht noch eine Transition? Der erste Song ist crazy Okay Okay Uh-huh Ja Okay Okay Uh-huh Ja Ja Uh-huh Uh-huh Ja 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 Ach, der Song ist mit Cardi? 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 Ich hörte er erst den Song mit Cardi. Vielleicht eine Transition? Wenn nicht, dann hören wir Cardi. Okay, warte, 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 ich muss den Song mit Cardi hören. Ist er wirklich mit Cardi? Hört sich crazy an, aber ich will nicht gespoitert werden. Okay. Ja, ja. Ja. Yo. Ich fang gleich ab zu tracken. 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 Ja. Oh Ist es yay? Huh? ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Ich finde den zweiten Part auch nicht gut. Der Anfang ist geil gewesen. Zwei von drei, Chat. Zwei von drei. Der Beat ist aber crazy, finde ich. Mal Eis. Mal Eis, Chat. Okay? 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 Okay?